Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Let's Battle Folge Mit dem Nico, mit dem Jonas und dem Rätsel Na Lukas, hast du dich gefreut, dass du mit mir in einem Team bist, wa? Scheißenrick Ja, hast du recht Yeah Baby Jonas, äh Lukas mit Schilden unterwegs Ich hab sowas von auf dich geballert Ja, warst du auch voll drauf, ich hab auch gedacht, ich sterb, ey Ja, Nico, lass mich doch erst noch planten, ey Alter Jonas, du warst auch richtig drauf Jetzt spielt er ernsthaft mit Essen mehr, ey Dieses Grün ist so hässlich, ne? Ich find das geil Grün, ich find das auch ganz geil Das ist voll der Augenkrebs Ja, deswegen gab ich dich dann Jonas, eigentlich müssten wir auch nochmal ne Folge Zombies hochladen, ne? Haben wir ne Folge Zombies? Nein, aber das hast du mal in Unity angekündigt Stimmt Da die Folge wahrscheinlich vor Unity rauskommen wird Äh, ähm, oder Ja, jetzt in den nächsten Tagen rauskommen wird Ich werde das Unity Let's Play B enden Weil ich irgendwie nicht Nein Was? Nein Ja, okay, stimmt Weil ich irgendwie nicht mehr so motiviert bin Und dann find ich, lohnt sich das auch nicht Ich hab keine Ahnung, wo die sind Leute, unten ist einer, unten einer Das war so schlecht Ah, Lukas kam noch von hinten Ja Oh, war ich schon an der Bombe dran Yeah GG Schade, wie der Känzberg 0 Boah, das hätt ich mir vorhin fast geschafft Guck dir, guck dir dat Gammel, ey, Mann Guck dir dat Gammel, ey, Mann Wohin war das denn? Wie der Domauk da an der Wand abgeschissen ist, ey Jonas, wär sowas tot gewesen, hättest du mich nicht gekillt Nein, du wärst nicht tot Ja, Jonas, wär nicht tot gewesen Nein Meine Oma wär jetzt auch tot gewesen Wär die nicht schon tot Alter, das, äh, das Haus von der, also Von der Oma und Opa von der, von der Freundin ist das Haus abgebrannt, ey Wann? Gestern Und wem? Äh, kennst du, glaube ich, nicht vom Schwimmen an Bei B, bei B, beide Wie heißt das? Wie heißt die? Achso, ja, Vorname Oh, lol Der steht in der Treppe nach unten Ne Moritz ist da oben auf dem Podest, du kannst Er ist runter, hinter dir, hinter dir, hinter dir Really? Jetzt versucht er dich zu stärken Messer ihn einfach Moritz Lukas, das machst du, das machst du Boah, sehr geil Alter, Lukas Also wenn ich was kann, dann Schild, klasse Alter, wie er das Schild immer wieder vorgezogen hat, wenn du geschossen hast Paz Ja, sicherlich Ich will das auch noch sehen, ne Dass du ein Messer, so ein kleines Messerchen in den Arm geschossen hast Und so die Puls ZIG Herr Moritz, er hat dir die Puls-Schlagade aufgeschnitten Ich hab die, 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 die Maul halt, Nico Oh Mann Ach, Jonas, komm doch mit Nutzt doch mal einen Vorteil von mir aus, ey Niko, siehst du einen? Ne Mach Die Blenden hundertprozentig A Nein Sie nicht Alter, Jonas Dankeschön Die sind beide bei A Äh, bei B Der hat einfach rechts, der andere links Der ist nicht so, der ist nicht so schlimm Tschüss Alter, ich weiß, ihr seid so traurig, ey Geil Warum sind wir traurig? Ja, wie immer diese Schild und diese Rüstungs-Scheiße, ey Ja, warum, was, warum, was ist denn der Rüstung denn so schlimm? Ja, das ist... Da warst, da warst du zu siegessicher, Nico Ja, das war aber Voll Ja, genau In der Hand stecken Eigentlich warst du bei mir so, dass die gesteckt hätte Oder da hab ich gesehen, scheiße, hab ich durchgesteckt Ja, ich hab jetzt eh Explosionsschutz drauf Sonst wär ich auch tot gewesen Kannst du lass mich doch das nächste Mal bitte die Bombe nehmen Okay Alter, renn jetzt nicht weg Die sind bei B Die müssen bei B sein Ja, die sind auch bei B Scheiße, glaub ich daneben Mach Die Plänen Alter Alter Sorry Ach nee, ich bin ja gar nicht draus Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht stacken kann Ja, das bringt dir auch nichts Selbst wenn der gesteckt ist, überlebt er das Nein, wenn man stackt, killt die, egal ob Explosionsschutz oder nicht Das stimmt Aber die Bombe ist doch von der Seite hat gekackt Ey, wieso Niederlage? Hä, weil wir gewonnen haben? Also hast du nur Dings Ich hab's Ja, okay Na egal, ich spiel mir doch eine andere Map Nee, das war's Nee, das war's jetzt erst mal Nein, war's gar nicht Ja, okay, warte Dann mach ich jetzt noch eine andere Map und dann Dankt mir Leute Ja Ich bin nur mit Überlänge, aber andere Map Ja, aber Los Die musste auf COD-Caster gehen, ne? Hey, nein Doch Die Runde war ja quasi noch nicht vorbei Maul, jetzt geht COD-Caster War ich doch eben schon Nicht Drone Oh nein Okay Oh doch Weißt du, der jault bei jeder Map rum, die ich aussuche, ne? Ja Das ist echt unglaublich Weil du nur so eine Fake Map nimmst Ja, weil's nicht immer die gleichen sein sollen So, dann machen wir jetzt noch mal viel kurze Runde Ja Juhu Moritz will euch seinen Skill Nicht beweisen Lukas, halt du mal die Fresse, ey Was, hä? Nur weil ich sage, dass du einen Skill nicht beweisen möchtest? Nico? Ja, was? Ja, was? Wir machen das jetzt Oh, jetzt bin ich auch noch mit dem Team, ey Oh, jetzt bin ich auch noch mit dem Team Schilder in Leben Schildern hässliche Visage Schalt, das ist jetzt kein Partner Der hockt da Der hockt dahinter Alter, wie immer, wenn wir auf der Map spielen Alter, das ist doch scheiße Fuckin Schick Ich muss nachladen Ich muss nachladen Moritz, ohne Witz, sei doch mal froh Lukas, wir streiten jetzt nicht, wir machen das, ne? Ne, du streitest Ja, was? Wer hat denn angefangen rumzupissen? Jonas Was? Nein, du Was hab ich gemacht? Okay, Lukas, wir einigen uns auf Niko, ne? Okay Klingt gut Ja Aber nicht diesmal Nico? Ja Hier Hm? Ich habe leider keine Automatik-Sniper-Klassen drin Die rennen diesmal woanders hin Die umlaufen uns Weiß, jetzt rennst du mal schon mal zu A und dann ist es wieder bei B Hä, lol Du warst bei mir voll drauf Die haben bei A geplantet Der war oben in dem Raum drin, Jonas Das war so klar, ne? Das war so klar Ja Ja, ist schön für dich Ja, Alter Ganz ehrlich, Moritz, bei mir warst du sowas von drauf Ja, Nico, du musst ja schießen Hey, Lukas, hast du uns noch abgeknallt? Ja Ich hatte mir schon fast gedacht In die Popo In das Popolöchchen Ich habe nochmal meine Ähm Ziele beschützen Ja Oh, fuck, da ist grad gewürgt Bäh Wie? Ich zieh nicht ins Mikro rein Welches Mikro? In den Stromst... in den Taser, ne? Nein, in den Strohhalm Taser Die gehen zu B Die gehen zu B Zu B? Ja, B Fick dich mit deinem Stromschotten Ja, die sind beide bei B Niko ist nach hinten zur Treppe rausgerannt Lukas kommt da Lukas kommt da Ja, nice Der überläuft dich, glaub ich Der hat ein Einsatzschild Ja, so immer Ne, Jonas... äh, Lukas, du machst du Hey, Leute, wo ist der? Ach da Scheiße nein Luka einfach raus Ja, Lukas Ja, hallo, was willst du da machen? Nice Alter, nice Oh, Jonas, du hast was scheiße mit dem Ding Ja, da brauchst du halt zwei Hits Hä, Moritz, du heulst wegen jeder Scheiße rum Ja, irgendwie grad schon, sorry Ich lass' es jetzt Alter Ich spiel aber nicht so scheiße Der kill hat Jonas Da hab ich nicht mehr gesehen Ja Ich hab wirklich gegen das Schild gemessert Oh In die Eier kastriert Ich spiel nicht, warum ich nicht über dich jumpen kann Du hätt's ja wegrennen können Weil's jetzt gebracht, der hat mich trotzdem noch gekillt Ich spiel grad so scheiße Ich spiel grad so scheiße Warte mal Ja Geh, geh Du dance, everybody dance, everybody dance Freunde, wo seid ihr denn? Sam takeser aus der Mitte Den? Nein Nein Alter, nein Das ist sauber Kann nicht Das ist nur noch Jonas da Siehst du noch Ah, scheiß Dragonfire, machst nichts Ja, aber wo ist Jonas die Frage? Lukas rennt natürlich wieder als Nubig mit Chill rum So Leute, macht sich gut Bis dahin Ciao Tschüss Ja, ich bin so Ich bin so Ich bin so